Fellner Live. Die großen Interviews. Aktuell. Kritisch. Unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV. Ja hallo und schönen guten Abend bei Fellner Live. Heute mit einem ganz speziellen Talk-Gast bei uns im Studio. Ihr Name Raffaela Raab, 27 Jahre alt. Den meisten wahrscheinlich bekannt als die militante Veganerin oder die Wut-Veganerin, je nachdem, wo sie ihre Nachrichten konsumieren. Sie setzt sich für Veganismus ein, das jetzt schon seit einigen Jahren, seit einigen Monaten allerdings auch, verstärkt auf Social Media und hat dort eine riesengroße Follower-Schaft und Community rund um sich aufgebaut. Sie stößt natürlich mit ihren Aktionen immer wieder auf massive Kritik und über all das werden wir heute miteinander reden. Raffaela, schön, dass du heute bei uns im Studio bist. Freut mich, da zu sein. Danke fürs Kommen. Vielleicht gleich einmal zu Beginn. Raffaela Raab, 27. Aber die meisten kennen dich, wie schon einführend gesagt, als die militante Veganerin. Wer ist die militante Veganerin und wie kam es sozusagen zu dieser Transformation? Also vor zwei Jahren habe ich mich dafür entschieden, die Tiersklaverei in meinem Leben zu beenden. Und ich war sehr früh schon mit 18, 19 an einer pflanzlichen Ernährungsweise interessiert, weil ich Medizin studiert habe und mir aufgefallen ist, hey, die Professoren, die Menschen, von denen wir was lernen sollten über Gesundheit, die haben genau die gleichen gesundheitlichen Probleme wie unsere Patienten. Übergewicht, Diabetes, sie erleiden Herzinfarkte, sobald sie in Pension gehen teilweise. Und das hat mich sehr gewundert, weil diese Menschen ja eigentlich Gesundheit verkörpern und unterrichten sollten. Und ich habe mir halt Gedanken darüber gemacht, wie kommt das dazu? Die Antwort lag auf unseren Tellern und auch in unserer Behandlung von Tieren. Und zwar, wir essen genau das Gleiche wie unsere Patienten. Und ich habe mich dann sehr früh für eine rein pflanzliche Ernährungsweise entschieden, als ich eben herausgefunden habe, hey, eine vollwertige rein pflanzliche Ernährung kann gesundheitliche Vorteile haben. Allerdings war ich an dem Punkt noch nicht vegan, obwohl ich mich so genannt habe, weil ich eben nicht verstanden habe, dass es beim Veganismus nicht um eine Ernährungsweise geht, sondern um eine Art und Weise, wie man mit den anderen Tieren umgehen möchte, um eine moralische Lebensweise. Den Klick gemacht hat es bei mir dann wirklich, dass ich auch keine Ausnahmen mehr mache. Als ich ein Gespräch hatte nach meiner Promotion, beziehungsweise nach meinem letzten Staatsexamen mit meiner Familie, da haben wir ein Spiel gespielt, um das eigentlich zu feiern, dass ich mit dem Studium fertig bin. Da hatte ich auch schon gearbeitet. Wir mussten diese Feier etwas nachholen wegen Corona, konnten wir uns dann erst zusammensetzen. Und dann kam halt die Frage in einem Spiel auf, wenn du Diktator wärst, was würdest du ändern, was würdest du verbieten? Und dann war halt ich an der Reihe und ich hatte mich schon, wie gesagt, mit pflanzlicher Ernährung auseinandergesetzt, mit den Vorteilen auch für die Umwelt und für die Gesundheit von einer Bevölkerung, die das mitbringen kann. Und habe halt gesagt, ich würde Tierprodukte verbieten. Österreich ist vegan, das würde ich verbieten. In diesem Spiel-Setting, wie gesagt. Und der Freund von meiner Mutter ist sehr emotional geworden. Die Stimmung am Tisch ist plötzlich komplett gekippt, obwohl das im Rahmen von einem Spiel war. Und es hieß, du kannst uns doch unser Fleisch nicht verbieten. Das haben wir immer schon so gemacht. Und das Ganze wurde sehr turbulent an dem Abend. Und dann kamen wirklich Vorwürfe in meine Richtung. Menschen wie du sind der Grund, weswegen es die Sklaverei gab. Weil du anderen Menschen vorschreiben möchtest, wie sie zu leben haben. Und damals wusste ich noch nicht wirklich, wie man mit solchen Vorwürfen umgehen sollte. Jetzt hätte ich die Eloquenz zu sagen, nein, Menschen wie ich, die sich gegen bestehende, gewalttätige Regime auflehnen, sind der Grund, weswegen Sklaverei aufgehört hat. In dem Sinne, wie wir es verstehen. Das konnte ich damals natürlich noch nicht in Worte fassen, weil ich noch nie eine Diskussion über die Ethik hinter Veganismus geführt hatte. Und welche Rolle auch die Tiere dabei spielen. Und schlussendlich fiel dann irgendwann einmal noch der Satz, du kannst das, was mit den Tieren passiert, nicht mit Sklaverei vergleichen, nicht mit dem Holocaust vergleichen. Das sind ja nur Tiere. Und in dem Moment gab es bei mir so einen Schalter, der umgekippt ist. Weil genau so sagen doch Rassisten beispielsweise über Menschen anderer Hautfarben, das sind ja nur Schwarze oder Sexisten über Frauen, das sind ja nur Frauen. Und so sagen jetzt Speziesisten, also Nicht-Veganer, über die anderen Tiere, das sind ja nur Tiere. Und weder die Hautfarbe noch das Geschlecht noch die Spezies dürfen eine Rechtfertigung sein, um jemanden einfach nur auf Basis dessen zu versklaven. Und seit dem Moment bin ich vegan. Dann habe ich mir noch ein Buch bestellt, um diese Parallele zwischen den menschlichen Unterdrückungsformen, wie dem Holocaust und den Tieren, besser in Worte fassen zu können. Und das ist das wichtigste Buch, was ich je gelesen habe. Unsere Behandlung von Tieren und der Holocaust von Charles Patterson. Das habe ich in zwei Nächten durchgelesen, noch in dieser Woche, wo ich mich zum Veganismus entschieden habe. Da hat es bei mir nochmal so einen Umschwung gegeben, wie ernst diese Thematik ist, wie hoch die ethische Dringlichkeit ist und dass es sich dabei um den größten ethischen Notfall auf dem Planeten handelt, dass wir die Tiere versklaven. Wie ging das jetzt mit den anfänglichen Vorwürfen rund um deine Familie oder beziehungsweise von deiner Familie ausgehend weiter? Konntest du mittlerweile zumindest einige überzeugen oder zumindest so weit bringen, dass sie sich mit dir ganz normal über dieses Thema unterhalten können? Also meine Familie ist sehr klein, wir stehen aus meiner Mutter und ihrem Mann eigentlich. Und meine Mutter konnte ich nicht davon überzeugen, sie nennt mich extremistische Sektenführerin und findet das alles radikal und konnotiert diesen Radikalismus auch mit etwas Negativen, wobei das einfach nur bedeutet, konsequent gegen etwas zu sein. Und sie ist leider sehr festgefahren in ihrer konservativen Haltung, dass das ja nur Tiere sind. Und auch der Freund von ihr, glaube ich, hält sie sehr auf diesem konservativen Stand zurück. Jetzt ist es ja so, dass eben dieser Radikalismus, der oftmals vorgeworfen wird, auch auf sozialen Medien etc. Jetzt leben wir aber an sich in sehr radikalen Zeiten und es wird wahrscheinlich immer schwieriger, auch auf so politische Engagements, sozialpolitische Dinge aufmerksam zu machen. Benötigt es diese Art von Auftreten heutzutage, um überhaupt sich noch Gehör zu verschaffen, so wie beispielsweise bei den sogenannten Klimaklebern? Oder ist das etwas Individuelles, weil du einfach mal so bist und deswegen fährst du sozusagen auch dieses Programm? Also es spielt mir sehr in die Karten, dass ich prinzipiell ein Mensch bin, der sich gegen Ungerechtigkeiten sehr lautstark auflehnen möchte. Und jeder, der Marketing versteht oder sich damit auseinandersetzt, versteht wahrscheinlich auch, dass man heutzutage in den sozialen Medien untergeht, wenn man nicht polarisiert, wenn man nicht seine eigene Form von Nische findet. Ich habe mich am Anfang wirklich hingesetzt und habe mir eine Art Plan gemacht, wie ich Veganismus in die breite Masse bringen möchte. Und da ist marketingtechnisch natürlich dann der Vorwurf, militant kommt ja sehr häufig, wenn man sich einfach nur für etwas ausspricht, gekommen. Und ich dachte mir, hey, ich entwaffne praktisch mein Gegenübergleich, die mir das vorwerfen wollen und nehme das sogar und schmücke mich damit, also die militante Veganerin. Und ich denke, dass besonders meine Aktionen, wo ich eben teilweise, und teilweise mache ich das auch immer noch nur ein bisschen anders jetzt, wo ich in Läden reingelaufen bin und auch mit Megafonen gerufen habe und die Botschaft wirklich gebrüllt habe, nicht nur online gebrüllt habe, sondern auch physisch gebrüllt habe, dass das definitiv zu moralischen Revolutionen führen kann und auch in der Vergangenheit schon geführt hat. Das waren immer die lauten Personen, nicht die, die einfach die Information trocken bringen. Die Information, dass Tiere fühlende Individuen sind oder dass bei den Klimaklebern eben der Bezug zu dem, was wir der Klima antun, das ist schon vorhanden. Aber wir Menschen sind emotionale Wesen, wir müssen emotionalisiert werden, um unsere Handlungen zu verändern. So kontroversiell wie Sie auch agieren und so militant und radikal, heißt das ja meistens auch zu Beginn Kritik, Shitstorm, Gegenrede etc., große Empörung teilweise auch. Wie geht man damit anfänglich um, bis es tatsächlich, und ich habe das Gefühl, das ist bei dir schon mittlerweile eingetreten, so ein gewisser Turn kommt, wo man sagt, okay, man merkt, man stößt nicht nur auf Kritik, sondern man erreicht die Leute auch bis zu einem gewissen Grad. Aber wie geht man gerade zu Beginn dieser ganzen Geschichte damit um, wenn einem die Leute wahrscheinlich die furchtbarsten Sachen schreiben? Also das Schockierende am Hate oder an der Kritik am Anfang ist vor allem, von wem es kommt, von sehr gebildeten Menschen, unter anderem die Ärzte, mit denen ich damals im Krankenhaus zusammengearbeitet habe, oder das gesamte Gesundheitspersonal, Menschen, andere Akademiker, von denen man denken sollte, sie wissen zumindest, was logische Argumente sein dürfen und was nicht sein dürfen, dass Ethik eine konsistente und kohärente Wissenschaft sein muss. Und dass die logischen Schlussfolgerungen in Bezug auf fühlende Tiere auch folgen können. Aber das ist das, was am meisten wehgetan hat, nicht der Hate an sich oder die Kommentare, ja, darauf erst mal ein Steak und du wirst dann Proteinmangel sterben, sondern dass sowas teilweise von Ärzten kommt, die keine Stunde Ernährungslehre oder Ethik im Studium haben, die die Tiere in irgendeiner Weise mit einbezieht. Und das hat mir am Anfang sehr zu schaffen gemacht und hat mich wahnsinnig wütend gemacht. Also als ich den Titel Wut-Veganerin von Ö24 gesehen habe, musste ich einfach nur schmunzeln. Und ich nehme das fast als Kompliment, weil ich bin unglaublich wütend. Ich bin unglaublich wütend und ich versuche halt, meine Wut zu kanalisieren in den Aktivismus, den ich mache. Sei das in die Songs, die ich schreibe, die auch teilweise sehr brutal anmuten. Sei das in die Gespräche, die ich führe, dass ich einfach doch mit Emotionen rantrete. Weil ich eben meine, wenn ich das nur trocken formuliere, bringt das nichts. Mittlerweile, ja, okay. Es gibt immer mehr öffentliche, große Stimmen auch, die mir inhaltlich Recht geben, die dann aber immer noch sagen, ja, ihre Art und Weise. Das ist mir so egal. Also ich sage ganz ehrlich, mein Ziel ist es nicht, gemocht zu werden. Und Veganismus ist kein Beliebtheitskampf, sondern es geht um einen Kampf für Gerechtigkeit. Und ihr müsst mich nicht mögen, sondern ihr müsst auf euer Herz hören und einfach vegan leben. Und deswegen bin ich immer sehr dankbar dafür, wenn Leute praktisch den Mut zeigen, zu sagen, okay, ich mag sie zwar nicht, aber ich bin jetzt wegen ihr vegan. Das ist eine Nachricht, die ich auch immer wieder von Menschen bekomme. Gab es irgendwann einmal, auch schon in der Vergangenheit, rechtliche Probleme für dich? Weil du ja doch teilweise auch die Leute auf der Straße angesprochen, manche würden sagen, angepöbelt hast. Gab es da irgendwie auch schon mal in diese Richtung Probleme? Oder bist du da im Moment safe irgendwie durchgekommen? Also beim Straßenaktivismus gab es noch nie ein Problem. Klar, die Debatten werden manchmal hitzig oder es droht jemand mit einer Debatte. Aber wir befinden uns da im rechtlichen Bereich. Die Gespräche, die wir führen, teilen wir auch unverpixelt, insofern das nicht anders ausgemacht ist. Und da war noch nie ein rechtliches Problem. Eine Anzeige hatte ich mal wegen angeblicher Holocaust-Verharmlosung, weil ich die Rede von Dr. Alex Herrschaft übersetzt hatte. Dr. Alex Herrschaft ist der Gründer der ersten veganen Organisation weltweit, noch vor Peter. Und er hat im Holocaust das Warschauer Ghetto überlebt als Kind und ist dann ausgewandert, beziehungsweise geflohen nach Amerika, wo er als Chemiker einen Job angenommen hat, um beim Schlachthaus das Abwasser zu testen. Und dort hat er die Berge gefunden der gestapelten Knochen, der gestapelten Häute, der gestapelten Leichenteile von den Tieren. Und in seinem Buch beschreibt er das so schön, es ist ihm einen Stauer über den Rücken gelaufen, weil er die Parallelen erkannt hat zu dem, was die Menschheit den Tieren antut, Entschuldigung, auch die Menschheit nicht nur den Tieren antut, sondern eben auch einander antut im Holocaust seiner eigenen Familie. Er hat diese Leichenberge, die Kofferberge, die Haarberge vor den Vernichtungslagern gesehen und hat gesehen, oh, das, was wir den Tieren antun, ist ein Holocaust. Und deswegen hat er sich zum Veganismus entschieden und kämpft, obwohl er jetzt 90 Jahre ist, immer noch jeden Tag für die Rechte der Tiere. Und ich habe diese Rede von ihm übersetzt, wo er seine Lebensgeschichte auf diese Art und Weise sehr empathisch, diese Parallelen erklärt. Und da kam dann von anonym eine Anzeige. Und ich bin natürlich mit dem Anwalt dagegen vorgegangen, weil in keinster Weise möchte ich jemandem was absprechen. Meine eigene Familie war vom Holocaust betroffen. Und wir sollten aber aus der Geschichte lernen. Wir müssen aus der Geschichte lernen. Ansonsten hat das ja nichts für einen Sinn, dass wir sagen, wir werden es nie vergessen. Wir werden es nie vergessen, aber wir werden auch nicht daraus lernen. Das bringt uns nicht weiter. Und ja, die Anzeige ist natürlich fallen gelassen worden. Und die Polizei hat sogar eine Stellungnahme geäußert von wegen, hier gibt es keine Form von Verharmlosung oder Relativierung, die in irgendeiner Weise vorliegt. Und ich denke, das ist auch im Sinne dieser Botschaft gewesen. Da bin ich sehr zufrieden damit, dass das auch so rechtlich ausgegangen ist. Die weiße Holocaust-Vergleiche haben immer wieder auch für Wirbel und Aufregung gesucht. Aber du suchst teilweise jetzt nun auch einen, sage ich jetzt einmal, sanfteren Weg in die Medien. So warst du ja auch vor wenigen Monaten bei DSDS, Deutschland sucht den Superstar. In den sogenannten Castings hast du deinen Song präsentiert. Ja. Vielleicht, wenn du uns ganz kurz noch erzählen möchtest, worum ging es in dem Song. Und sind weitere solche Aktionen, also sprich TV-Auftritte, aber jetzt nicht in Talk-Diskussionen, politischen Sendungen etc., sondern eigentlich ganz untypisch auch für deinen Aktionismus im Reality, in der Unterhaltung, in der Showbranche. Also zu DSDS bin ich mit meinem selbstgeschriebenen Song »Was du nicht willst« gegangen. Bei dem Lied dreht es sich um die goldene Regel. Was du nicht willst, das man dir zu, das füge auch keinem anderen zu. Und als ich bei DSDS vor der Jury und vor Dieter Bohlen war, habe ich das Lied angekündigt. Dieses Lied widme ich allen, die unter meine Videos schreiben, darauf erstmal ein Steak. Das ist ja so ungefähr der unkreativste anti-vegane Kommentar, den man hinterlassen kann. Und darin wünsche ich der Person, für die ich das singe, eben, dass ihr das gleiche Schicksal widerfährt wie den Tieren. Ich hoffe, du landest im Kükenschredder. In der Schlachtkammer ist noch ein Platz für dich frei. Ja, Dieter Bohlen und die restliche Jury haben darauf leider auch sehr konservativ reagiert, obwohl besonders Katja Krasewitze, die ja eine sehr bunte und ebenfalls polarisierende Person ist, die in der Öffentlichkeit steht, so wie ich, und sich für Gerechtigkeit und LGBTQ-Rechte einsetzt, von ihr war ich wirklich sehr enttäuscht, weil besonders sie sollte verstehen, wir alle bluten in derselben Farbe, gilt auch für die Tiere. Also sind da noch weitere Projekte in diese Richtung geplant? Hast du aus dem deutschen oder österreichischen Fernsehen weitere Angebote bekommen? Es kommen regelmäßig Angebote für kleinere und größere Talkshow-Formate oder Videoproduktionen herein. Ich möchte gern zum Dschungelcamp gehen. Ich fand das sehr cool, was die Tessa da gemacht hat. Und ich glaube, sie hat sich ja auch aufgelehnt, bei den Challenges mitzumachen, wo man Tiere gegessen hat. Wobei ich sagen muss, ich habe es nicht genau verfolgt, weil ich kann mir sowas nicht die ganze Zeit anschauen. Das macht mich verrückt, wie dumm auch die Argumente von den Anti-Veganern oder Nicht-Veganern dann sind, weil ich selbst den ganzen Tag damit konfrontiert bin. Aber ich finde das total cool, wenn man Veganismus in jede Sparte reinbringt. Konkret habe ich mich jetzt gerade beworben auf TikTok bei Dancing Stars. Ich habe das als Kind total gerne geschaut und das wäre mir eine Freude, auch da Tanzen für die Tiere zu betreiben. Konkrete, größere Fernsehprojekte habe ich jetzt noch nicht im Auge. Aber das ergibt sich meistens dann spontan. Die SDS war auch sehr spontan, wusste ich eine Woche vorher, oh, da ist ein Casting. Ja, dann zücke ich mal meine Ukulele und gehe da hin. Super. Ja. Ja, die SDS läuft, glaube ich, jetzt noch vier Wochen lang. Das ist, ich glaube, spätestens danach fängt die Bewerbung für die nächste Staffel an. Wer weiß. Ich glaube, jetzt ist aus, das war die letzte Staffel, oder? Die 20. war doch jetzt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Also, nein. Sie haben behauptet, das wäre die letzte. Dieses Quotenpferd reitet der öffentlich-rechtliche Rundfunk, bis es zusammenbricht. Oh je, okay. Jetzt gibt es eine weitere Gruppierung, die derzeit für sehr viele Schlagzeilen und Aufregung sorgt. Das sind die sogenannten Klimakleber. Ist Veganismus, ist Tieraktivismus auch Klimaaktivismus? Wie stehst du diesen Leuten gegenüber? Und weil du ja selbst doch sehr radikal bist in der Art und Weise, wie du deine Messages an die Personen bringst, findest du deren Aktionen gerechtfertigt? Kannst du das nachvollziehen? Definitiv gerechtfertigt. Also, wenn wir uns die Zahlen anschauen, was gerade mit der Welt passiert, dass da nicht noch viel mehr Leute auf den Straßen kleben, ist eigentlich verwunderlich. Es gibt definitiv unterschiedliche Ansätze, genauso wie beim Veganismus, wie man das Thema voranbringen kann. Ich persönlich werde nicht gern verhaftet. Ich sage es, wie es ist. Deswegen fällt es mir auch immer schwerer, diese Art von disruptiven Aktionismus zu machen, wie eben mich wo festzukleben oder wo reinzugehen und zu brüllen, wenn man mein Gesicht einfach mittlerweile so sehr kennt. Und das mit den Anzeigen kann einen schon leicht zurückhalten. Deswegen gibt es ja auch von den Klimaklebern regelmäßig Spendenaktionen, um da auch natürlich die finanziellen Ressourcen herzustellen. Also, ich finde das unglaublich toll, was sie machen. Ich habe ja eingangs schon gesagt, ich glaube, man braucht heutzutage sehr radikale, polarisierende Vorgehensweisen. Und sie haben da ein einfaches, nicht gewalttätiges Mittel gefunden, um alle zu nerven. Und nur wenn wir genervt sind, wie gesagt, sind wir emotionalisiert bereit, über das Thema lauter zu sprechen und nachzudenken und unsere eigenen Handlungen anzupassen. Also, ich stehe da dahinter, was die machen. Also, es heißt, der Zweck heiligt die Mittel in dem Fall? Ja, auf jeden Fall. Das schon. Gut, ich würde sagen, wir gehen in eine ganz kurze Werbepause und danach wird uns Raffaela noch schockierende Bilder zeigen, die sie aber allerdings auch gesehen haben sollten. Und wir werden auch noch ein bisschen über Privatleben sprechen. Also, bis gleich. Willkommen zurück bei Fellner Live. Nach wie vor bei uns im Studio. Raffaela Raab, besser bekannt als die militante Veganerin. Wir haben schon über den Aktivismus gesprochen, ein wenig über Veganismus. Und jetzt werden wir uns der Materie ein bisschen mehr im Detail widmen. Raffaela, du hast uns ein paar Dinge mitgebracht. Erzähl einmal, wozu die Stofftiere und was ist auf dem Settel drauf? Ich nutze die Stofftiere ganz gerne als anschauliches Beispiel dafür, wie wir eigentlich mit Tieren uns verbinden und umgehen möchten. Das funktioniert eben bei allen Altersklassen. Ich habe teilweise sogar erwachsene Männer, die dann da stehen und mein Stoffschweinchen streicheln. Genau. Veganismus, wenn ich das Kindern oder Jugendlichen erkläre, das ist eigentlich sehr, sehr einfach zu erklären. Das ist die goldene Regel zu leben. Und ich glaube, wir kennen sie alle. Was du nicht willst, das Mann dir zu, das füge auch keinem anderen zu. Und dieses Bild stellt das eigentlich recht plakativ dar. Ja, wir haben auf dieser Seite einen Fisch mit einem Haken im Mund und wir denken, okay, ja, normal, Angeln. Es ist halt Angeln. Und auf der anderen Seite eine Frau mit einem Haken im Mund und da spüren wir plötzlich was. Das würden wir nicht gern selbst erleben. So, und jetzt wissen wir aber von der Wissenschaft her, Fische sind fühlende Individuen, die genauso leidensempfähig sind, ungefähr wie ein Hund, wie ein junges Menschenskind, ungefähr genauso bewusst. Sie haben Interessen, Schmerz auszuweichen, nicht zu leiden. Also sie sind bewusste Subjekte, die eigentlich auch ein Recht verdient hätten, als Subjekte rechtlich gesehen wertgeschätzt zu werden. So wie Hunde. Was du nicht willst, das Mann dir zu heißt also, wenn du das nicht selbst gerne erleben möchtest, dann tu das auch dem Fisch nicht an. Der nächste Schritt ist dann, dass meistens Leute sagen, ja, das sind ja nur Fische. Dann kann man sie fragen, okay, also Fische darf man mit einem Haken im Mund aus dem Wasser ziehen. Ist das also okay, wenn ich einen Hund nehme, ihm einen Haken in den Mund jage und ihn unter Wasser ziehe? Also aus dem einzigen Element, wo er atmen kann, so wie der Fisch mit diesem Haken, mit diesem Schmerz hineindrücken, dass er erstickt, dass ich ihn dann totkloppe. Und da würden die meisten jaulen, nein, um Gottes Willen, das ist ein Hund, das ist ein Haustier, den müssen wir schützen. Und dann haben wir eben, okay, schön, die Person ist offensichtlich nicht daran interessiert, dass Tiere absichtlich wegen ihr leiden. Sie empfindet Empathie, dann müssen wir diese empathische Brücke auch auf die anderen Tiere, die sogenannten Nutztiere spannen. Und dann stehen wir eben vor dem sogenannten Speziesismus. Speziesismus ist diese moralische Diskriminierung, die Unterscheidung zwischen den sogenannten Nutztieren, die wir versklaven und den Haustieren, die wir schützen oder eben auch uns Menschen. Die sehen wir als etwas Wertvolleres. Und um Speziesismus, dieses sehr komplexe Wort, das lernen wir ja nicht. Ich habe das erst gelernt, kennt ihr das? Ich habe die Begrifflichkeit das erste Mal auch bei dir wahrgenommen. Weil wir lernen ja alle in der Schule über Rassismus und Sexismus, wenn wir über Diskriminierung und etwas doch über Ethik lernen. Denn Sexismus bedeutet, dass beispielsweise in prototypischen Formen von Sexismus ein Sexist sagt, das sind ja nur Frauen, deswegen dürfen wir sie versklaven, deswegen geben wir ihnen kein Wahlrecht. Offensichtlich nicht okay. Ein Rassist sagt, das sind ja nur Schwarze, deswegen dürfen wir sie versklaven, deswegen sind sie Objekte. Und ein Speziesist sagt, das sind ja nur Tiere, deswegen dürfen wir sie versklaven, deswegen dürfen wir sie als Objekte verwenden. Und die zweite Form des Speziesismus ist eben die Unterscheidung in die sogenannten Haustiere und sogenannten Nutztiere, das, was ich gerade erklärt habe. Das bedeutet also, wenn man gegen Rassismus ist und ethisch konsistent sein möchte, muss man doch eigentlich vegan leben. Das macht doch keinen Sinn, dann hier genauso zu denken wie ein Rassist. Also Speziesismus, sage ich immer, ist Rassismus zu den anderen Tieren. Und ja, jetzt werden Leute vielleicht sagen, das kann man nicht vergleichen, wir haben es gerade gemacht, ich kann es euch gerne nochmal beibringen. Man kann alles vergleichen, was nicht gleich ist. Und die wichtige Eigenschaft, die wir gemeinsam haben mit diesen Tieren, ist, dass wir alle bewusst sind. Die sind auf dem Bewusstseinsniveau von einem menschlichen Kind. Und menschliche Kindern würden wir ja auch nicht sowas antun. Hier haben wir noch ein sehr plakatives Beispiel von Unterdrückung und Sklaverei. Wenn wir Menschen nicht versklaven dürfen, dann dürfen wir das eben auch den anderen Tieren sein, das Zirkustieren oder eben auch den Schweinen, Kühen, Küken nicht antun. Definitionsgemäß sind das Sklaven. Ja, Sklaverei bedeutet in vollkommener rechtlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit von einem Menschen zu leben. Und ja, diesen Tieren wird zwar irgendwie zugerechnet, dass wir sie betäuben müssen oder wie sie zu halten sind. Aber das gab es am Ende der klassischen Form der Sklaverei in Amerika auch, wo man gesagt hat, okay, man darf seinen Sklaven mit maximal zwölf Peitschen hieben, bestrafen, wenn er diese und jene Tat begangen hat oder wenn er weggelaufen ist. Und so haben wir jetzt halt immer mehr Reformismus gegenüber der Sklaverei von Tieren. Aber ich hoffe, wir können einfach jetzt damit aufhören, weil es offensichtlich falsch ist, auch wenn die Sklaven ein bisschen besser gehalten werden. Die Sklaverei der Tiere muss beendet werden. Und das ist Veganismus und Speziesismus, wie ich es versuche, durch meine Arbeit zu kommunizieren. Das heißt, davon abgeleitet würdest du wahrscheinlich sagen, also Wertigkeit von Leben ist gleich? Nein. Oder gibt es da für dich auch Differenzierungen? Da gibt es definitiv Differenzierungen. Eine Pflanze und ein Bakterium, die leben auch. Da werde ich gar nicht so weit gehen und sagen, ja, das sind auch spirituelle Wesen und die Linienrechte. Nein. Also soweit wir es feststellen können, hat weder ein Bakterium noch eine Pflanze ein Bewusstsein. Also sie können keine Subjekte sein, sie können keinen Schmerz- und Leidensfähigkeit empfinden, selbst wenn sie auf Reize reagieren können. Das kann ein Handy auch. Deswegen ist ein Handy nicht leidensfähig. Ich bin nicht für die Gleichstellung von allen Lebewesen, sondern für die Gleichberechtigung auf Basis ihrer kognitiven Bewusstseinseigenschaften. Also beispielsweise, wenn wir sagen, ein schwarzes Kind dürfen wir nicht zum Schlachthof schicken, ein weißes Kind dürfen wir nicht zum Schlachthof schicken, warum dürfen wir das dann einem Schweinekind oder einem Kuhkind antun oder einem Hundekind? Nein, einem Hundekind würden wir das nie antun. Das ist doch perplex. Das ist fast schon schizophren. Und da bin ich einfach dafür, dass wir moralisch konsistent werden als Gesellschaft. Und das bedeutet, die Tiere als Personen gesetzlich aufzunehmen. Tiere brauchen Menschenrechte. Jetzt richtest du dich eben auch mit deinem Appell über Social Media natürlich hauptsächlich an die Bürgerinnen und Bürger, an die User und Userinnen. Aber hast du auch konkrete Forderungen an die Politik, wo du sagst, also das wäre jetzt die notwendigste und erste Maßnahme, die ergriffen werden müsste, um das Ganze mal aus deiner Sicht in die richtige Richtung zu führen? Also ich sehe die Art von Social Media Auftritt und Reichweite, die ich habe, auch als einen Beitrag zur Politik. Und ich denke, wenn wir uns vergangene Gerechtigkeitsbewegungen anschauen, wie die Rechte der Frauen, wie die Rechte von Menschen aller kultureller Hintergründe, dann beginnt das immer vom Volk aus. Also wir brauchen eine 5%-Schwelle von Menschen, die nicht nur vegan leben, so wie die meisten behaupten, vegan zu sein, aber das ethisch nicht verstanden haben oder da ernährungstechnisch nur herangehen. Wir brauchen Menschen mit Feuer unterm Arsch, plump gesagt, die sich wirklich konsequent darauf aussprechen, dass Tiere Personen sind. Und das ist praktisch der politische Beitrag, den ich zu dieser moralischen Revolution leiste. Wenn ich mich jetzt mit Politikern hinsetze, dann würde ich mit ihnen genau die gleichen Gespräche führen, ob sie jetzt Politiker sind oder nicht. Ich denke, also ich habe von einigen Politikern schon Rückmeldungen bekommen, die ich jetzt hier nicht bei Namen nennen möchte, die mich über Umwege kontaktiert haben, dass ihre Kinder meine Videos geschaut hätten und jetzt sagen, hey, Mama, Papa, du musst da jetzt was machen gehen in der Politik. Ich bin aber nicht für einen reformistischen Ansatz, dass wir eben Reformen haben, dass Schweine jetzt mehr Stroh haben. Also ich stehe da nicht hinter den Forderungen vom VGT. Ich finde, er verlangt viel zu wenig. Das Mindeste, was wir verlangen können und müssen und was ich auch von der Politik verlange, ist, dass Tiere Menschenrechte bekommen, weil sie fühlende Individuen sind, genauso wie wir. Aber findest du nicht, dass es auch sozusagen eine Entwicklung wäre, wenn zumindest ein paar Dinge bereits umgesetzt werden würden, wo du sagst, das ist dir zu wenig, ist ja trotzdem besser sozusagen Step-by-Step als nichts in dem Sinne zu erreichen? Ich denke, es gibt genügend sogar vegane Aktivisten und eben Vereine wie den VGT, die diese Step-by-Step-Sachen schon fordern, ohne das eigentliche Ziel, Veganismus zu kommunizieren. Also du meinst, da bräuchte es dich nicht mehr dazu? Genau. Und genauso wie es genügend Lifestyle-Veganer gibt, die ihren Lattage hier irgendwas trinken. Und es ist wichtig zu wissen, wo man vegane Ernährung herbekommt, wie man sich anzieht und dass man Tiere besser halten kann. Aber ideologisch gesehen ist die Versklavung von Tieren falsch, egal wie wir es machen, egal wie kuschelig das Strohbett ist, bevor sie dann einen Bolzenschuss an die Stirn bekommen. Ich denke nicht, dass wir ein Ziel erreichen können, wenn wir das Ziel nicht fordern. Dass die kleinen Schritte folgen, politisch, das kann sein, um das Ziel dann zu erreichen, aber das ist dann nicht meine Schuld, weil ich finde, das sind keine richtigen Schritte. Und genauso wie ich es von einem Individuum verlange, mit dem ich spreche, Junge, du bist ein Mensch. Es war noch nie einfacher, rein pflanzlich zu leben. Das Schlimmste, was du abbekommst, wenn du dich gegen dieses faschistische System stellst, sind Veganerwitze. Und nicht wie in anderen gewalttätigen Systemen den Tod. Also da müssen wir einfach individuelle Verantwortung übernehmen und diese Verantwortung verlange ich auch von der Politik zu sagen, wir haben einen Fehler gemacht und wir sollten jetzt vegan sein und nichts Geringeres werde ich fordern. Solche Forderungen, die du hast oder beziehungsweise die Dinge, die jetzt teilweise gefordert werden, die dir zu minder sind, wäre das dann sozusagen nicht die logische Konsequenz, selbst in ein paar Jahren zu sagen, okay, ich schaue, dass ich mir ein paar Gleichgesinnte suche und wir gründen nicht nur diese Aktionsgemeinschaft, sondern tatsächlich eine politische Bewegung, eine politische Partei, um diese Dinge möglichst schnell und möglichst flächendeckend umsetzen zu können, weil es über den Hebel natürlich deutlich schneller geht, als einfach nur über Protestaktionen, Demonstrationen aufmerksam machen. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich sehe meine Arbeit jetzt schon als einen politischen Beitrag. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann einmal in die Form von traditioneller Politik gehe, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ein wahnsinnig unpolitischer Mensch. Ich kenne mich wirklich wenig aus mit Politik in Europa, mit Politik in Österreich konkret. Ich werde gleichzeitig verleumdet als linksgrünversifft und rechtsradikal. Das zeigt ja einfach nur, dass ich offensichtlich nicht sonderlich weiß, in welche Richtung ich selbst politisch hier gehen würde. Ja, eine Partei gründen kann man natürlich machen. Die V-Partei in Deutschland gibt es ja auch schon in dieser Form. Ich weiß allerdings nicht, ob sie sich für Tierrechte einsetzen. Wie gesagt, total unpolitisch, selbst was das vegane Spektrum betrifft, weil ich einfach nicht, ich glaube nicht mehr an die Politik. Ich halte sie für wahnsinnig korrupt und langsam. Und ich glaube, was viel schneller geht, sind Jugendliche, sind junge Menschen oder auch ältere Menschen, da will ich gar nicht exkludieren, die in ihrem privaten Freundeskreis meine Botschaft, also einfach nur logische Erweiterung von Menschenrechten hinaustragen. Diese disruptiven Aktivismus, dass ich bei DSDS bin, dass ich Rap mache, dass ich auf TikTok mit allerlei Menschen aus unterschiedlichen Klientel spreche. Ich glaube, das ist ein wichtiger moralischer Beitrag, der in die Politik eben so übergehen wird. Was du vorhin auch kurz angesprochen hast, was ja immer wieder auch als Argument kommt, warum man jetzt nicht vegan leben könne und warum das alles so schwer wäre, ist, dass es eine Mangelernährung für den Körper wäre, dass es den Körper mittelfristig nicht gut tun würde. Ist dem tatsächlich so? Kannst du das faktisch widerlegen? Du lebst jetzt seit, glaube ich, ungefähr zwei, drei Jahren vollständig vegan. Hast du eine Veränderung deines Körpers festgestellt? Wie war das so ein bisschen deine Erfahrung damit? Einfach, um das mal vom Tisch zu haben, eine rein pflanzliche Ernährung von der größten ernährungswissenschaftlichen Fachgesellschaft der Welt, der Academy of Nutrition and Dietetics, die sagt klipp und klar, dass sie in jedem Lebensalter adäquat sein kann und sogar präventiv und symptomatisch therapieren kann. Die häufigsten chronischen Volkserkrankungen unserer Bevölkerung, Diabetes, Herzinfarkt, Übergewicht, sogar einige Krebssorten. Allerdings muss dabei Vitamin B12 substituiert werden. Vitamin B12 ist das einzige Vitamin, was man nicht in einer rein pflanzlichen Ernährung finden kann. Das können manche pflanzenfressenden Tiere selbst herstellen. Allerdings ist es in den Tierindustrien mittlerweile so, dass sie mit dem Kobalt, mit diesem Vorstoff nicht in Kontakt kommen, weil sie kaum mehr auf die Wiesen kommen. Und deswegen wird es ihnen einfach durch die Bandbreite zugefüttert. Das ist laborchemisch synthetisiertes Vitamin B12, die böse, böse Chemie. Die landet auch in den Tieren und das ist biologisch gleichwertig zu dem, was wir selbst sogar herstellen. Allerdings nicht ausreichend oder nicht resorbieren können in unserem Körper. Und wenn man sich pflanzlich ernährt, würde ich definitiv empfehlen, auf eine vollwertige rein pflanzliche Ernährung zu achten. Nur vegane Puddings und nur vegane Ersatzprodukte, ja, da wird man nach zwei, drei Monaten sagen, Veganismus hat mich umgebracht, darauf erstmal ein Steak und wahrscheinlich sogar die Ethik vergessen, weil es einem dann schlecht geht. Man muss natürlich darauf achten, was man isst. Also wenn man von heute auf morgen sagt, oh mein Gott, das ist so schlimm, ich werde jetzt vegan, ja, Hut ab, Ehre an den Charakter des Menschen, der das macht. So muss es sein, so sollte es sein. Aber dann einfach nur Tierprodukte wegzulassen, ist sich gegenüber fahrlässig. Dann konsumiert man zu wenig Kalorien, zu wenige Proteine auch, zu wenig Calcium, zu wenig Eisen. Also definitiv vollwertig, rein pflanzlich Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Bohnen, Samen und Vitamin B12. Da gibt es in jedem von meinen YouTube-Videos auch eine Verlinkung an eine App, die das Idioten-sicher aufdröselt, was man jeden Tag essen sollte. Und das ist dann ganz einfach. Ich persönlich habe kein Problem, mein Gewicht zu halten. Ich bin schlank, ich bin fit. Ich war, bevor ich vegan war, beziehungsweise bevor ich mich pflanzlich ernährt habe, hatte ich einen Eisenmangel, den habe ich nicht mehr. Das kann allerdings auch damit zusammenhängen, dass ich einfach weniger Koffein jetzt zu meinen eisenreichen Mahlzeiten konsumiere. Also man kann sehr ungesund sein als Veganer, aber man kann auch sehr gesund sein als Nicht-Veganer. Und jedes Stück Fleisch macht einen nicht krank, aber die Tiere, für die ist es nicht in Ordnung. Und deswegen hat Veganismus an sich nichts mit Gesundheit oder Umwelt zu tun, weil da kann man nur reduktionistische Argumente bringen. Dem Körper ist egal, wenn man einmal in der Woche einen Fisch aus dem Wasser zieht. Dem Teich und der Umwelt ist es egal, wenn man einmal in der Woche einen Fisch aus dem Wasser zieht. Aber dem Fisch nicht. Und um das Individuum geht es beim Veganismus. Abschließend bei unserem dritten Teil des Interviews möchte ich noch so ein bisschen auf dein Privatleben zu sprechen kommen, dass du ja derzeit auch sehr medienwirksam nutzt, um eben auf deine politischen Forderungen und auf deinen Aktionismus aufmerksam zu machen. Großes Thema der vergangenen Wochen war dein Onlyfans-Account, mit dem du ja aber auch nicht schüchtern umgegangen bist. Also das war ja ein großes Thema. Warum hast du dich dazu entschlossen, in dem Sinne, wenn man so möchte, deinen Körper für Geld zu verkaufen oder Fotos davon anzubieten? Unterstützt das? Soll das finanziell auch deine eigentliche Arbeit unterstützen? Ist das getrennt voneinander zu betrachten? Ist das praktisch, gehört das zur privaten Raffaela und nicht zur politischen? Also unseren Körper verkaufen wir alle auf eine gewisse Art und Weise. Sei das dadurch, dass wir uns jeden Tag in ein Büro schleppen oder unser Hirn benutzen, was ja auch einen Teil von unserem Körper darstellt. Sportler benutzen auch ihren Körper. Also das ist nur eine weitere Art und Weise, sich als Ganzes dafür einzusetzen, in einem kapitalistischen System zu überleben. Und natürlich auch gleichzeitig wieder zu polarisieren für mich. Ich habe mich dafür entschieden, das zu machen, weil ich jetzt seit März eben wieder vollständig selbstständig als Tierrechtsaktivistin online unterwegs bin und man einfach ganz nüchtern und bezacher sagen muss, dass das natürlich im Hype ist, jetzt gerade meine Videos, aber der Algorithmus kann sich halt jederzeit dagegen entscheiden und sagen, ah, der geben wir überhaupt nichts mehr. Mir ist auch schon öfters passiert, dass meine TikTok-Plattform gelöscht wurde. Ich kann in Österreich eh kein Geld mit TikTok verdienen. Also das ist dann noch nicht möglich, obwohl das viele denken. Also durch TikTok verdient man in Österreich nichts. Aber zum Beispiel YouTube und Patreon und Twitch, diese Streaming-Plattformen, waren bisher meine Einnahmequellen. Und auf Twitch war ich auch schon mal für zwei Tage gebannt, weil mein Username angeblich Verstöße hatte. Also total lächerliche Sachen. Aber auch auf TikTok natürlich immer, es kann von heute auf morgen weg sein, eine ganze Einnahmequelle, von der ich halt meine Miete zahle, meine Essen zahle, meinen Aktivismus und mich finanzieren. Das ist natürlich für jeden, der in dieser Welt lebt, beängstigend. Das heißt, du stellst dich einfach nur dadurch ein bisschen breiter auf, falls irgendwas zukünftig wegbrechen sollte. Und Onlyfans ist natürlich eine weitere Einnahmequelle. Und das war ganz nüchtern betrachtet der Hauptfaktor dieser Entscheidung auf jeden Fall. Und dazu kommt natürlich noch der Benefit, dass es das Thema wieder polarisierend aufwirft, dass ihr über die Wut-Veganerin, die jetzt Videos macht, auf diese Art und Weise berichtet, dass ich beispielsweise erst neulich das Vergnügen hatte, auch mit einem Bordellbetreiber über Tierrechte zu sprechen. Also man gelangt wieder in neue Bubbles. Man bringt das Thema wieder auf den Tisch. Und das ist für mich einfach total witzig, was für Konversationen man dadurch dann auch über Tierrechte hat. Wie lange betreibst du den Account schon? Also ich habe den Account eigentlich angefangen, als ich das erste Mal mit dem Aktivismus gestartet habe. Das war eigentlich mehr so das Interesse. Da habe ich mich noch ohne Gesicht gezeigt und mir die Plattform mal angeschaut. Onlyfans war da in aller Munde. Ich dachte mir, ich schaue es mir mal an. Und ja, ich habe ganz geringes Taschengeld damit nebenbei verdient und das auch nicht wirklich angeschaut. Ich habe einfach mal die Plattform erschnuppert. Und wirklich ernst genommen habe ich das jetzt, als ich die Entscheidung eben getroffen habe, im Krankenhaus zu kündigen und Vollzeit mich für Tierrechte zu entscheiden. Hättest du irgendeine andere Finanzquelle, zukünftige natürlich einen Sponsor oder Sonstiges, wäre das für dich wiederum Grund, mit Onlyfans aufzuhören? Oder sagst du, es macht mir auch Spaß, warum nicht? Ich denke, jeder Job hört irgendwann einmal auf, Spaß zu machen, weil er recht repetitiv wird. Und ich bin halt jemand, der auch versucht, eine Sache so lange zu machen, bis ich daran alles verstanden habe, was für mich von Interesse ist. Und dann gehe ich auch gerne mal weiter. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass ich in den nächsten eineinhalb Jahren, zwei Jahren aufhöre. Aber es ist natürlich schon teilweise körperlich belastend. Und ich glaube auch nicht, dass das, also man kann das nicht, glaube ich, für ewig machen. Also auch diese Plattform wird ihr Limit haben, so wie jede Social-Media-Plattform ihr Limit hat. Das muss man ganz nüchtern betrachten. Und bis dahin mache ich das einfach so lange, wie es mir mit jedem anderen Job oder mit jeder anderen Facette meines Aktivismus eben Freude macht. Und ich es für sinnvoll erachte. Jetzt weiß man ja bei den meisten Jobs mehr oder minder um den Dreh, was man dabei auch verdient. Wie schaut es denn diesbezüglich mit Ihrem Onlyfans-Account aus? Wie finanziell lukrativ ist so etwas bei Ihnen zum Beispiel? Oder bei dir jetzt? Alles gut. Ja, also ich kann das auf langfristig noch gar nicht einschätzen. Natürlich gibt es am Anfang einen Hype und das wird wahrscheinlich ein Peak sein. Aber ich glaube, dass es sich bei etwas einpendeln wird, wo ich dann besonders auf die lange Sicht sagen würde, okay, als Fachärztin mit einer eigenen Praxis würde ich wahrscheinlich mehr verdienen als durch Onlyfans, weil es eben einfach immer trotzdem nur durch den medialen Hype so groß wird, dass es dann diese riesigen Vorwürfe gibt mit, oh, mit Onlyfans verdient man so leicht viel Geld. Nein, das ist schon wahnsinnig viel, was man dafür investieren muss und natürlich auch von seiner Psyche und seinem Privatleben preisgibt. Also es ist mehr nur ein Zugeld, aber nicht etwas, wovon man wahrscheinlich jetzt dauerhaft gänzlich leben würde. Ich denke nicht, dass das langfristig, wie gesagt, mehr abwirft, als jetzt, wenn ich einen Facharztjob hätte. Nein. Jetzt hat sich ja sozusagen der vegane Aktionismus ein bisschen auch dazu gebracht, auf Onlyfans präsent zu sein. Aber das ist ja dann doch, wie du auch angesprochen hast, etwas sehr Intimes, etwas sehr Persönliches, was man da von sich preisgibt. Wie lässt sich das miteinander vereinbaren? Sagst du als die private Raffaela, das muss ich in Kauf nehmen, damit ich weitermachen kann? Oder wie stellt sich das Ganze für dich dar? Ich denke, also ich habe das schon sehr bewusst gemacht und ich habe ja schon vorher viel mit Hate Waves zu tun gehabt. Das ist jetzt nur noch ein weiterer Aspekt, eine neue Form von Kommentar, die dazukommt. Aber ich bekomme immer wieder einen Schmunzler, wenn ich dann so lustige Kommentare bekomme wie jetzt wirbt sie schon für Onlyfans, Vernasch mich statt Rosalinde, mein Schweinchen ist Rosalinde. Und dann sage ich immer, ich mache das alles nur für die Memes, finde ich herrlich. Also es belastet einen teilweise insofern, dass man halt seinen Körper, und ich weiß nicht, jeder Mensch hat irgendwelche Kritik an seinem Körper. Und plötzlich sieht das das ganze Internet so. Andererseits kann es natürlich auch die Kommentare, die man bekommt, sehr lieb sein, sehr liebevoll sein. Aber ich sehe das jetzt nicht als etwas, was ich machen muss oder wo ich mich verpflichtet gefühlt habe, sondern als eine Art Entscheidung, so mein Körper, meine Entscheidung. Und das ist auch dieser Schlachtruf von den Feministen meistens so, my body, my choice, gilt für mich und für all meine Online-Präsenz und natürlich auch für die Tiere, um diese Überleitung wieder herzustellen. Und insofern ist auch Veganismus ein Topic, das bei meinen Postings of Onlyfans immer wieder vorkommt. Also eins der obersten Banner ist sexuelle Freiheit für Mensch und Tier. Die Tierindustrie in Berunia auf der sexuellen Ausbeutung von den Tieren, sei das durch die Bullen, die wir abmasturbieren, um es in die Kühe zu injizieren, deren Vagina und Anus wir penetrieren, um sie schwanger zu machen, sei das in die sexuelle Differenzierung von den weiblichen und den männlichen Küken, wo wir die männlichen Küken schreddern, vergasen oder zerdrücken. Die gesamte Tierindustrie ist eine sexuelle Ausbeutung, die nicht auf Konsens besteht. Meine Arbeit auf Onlyfans mache ich freiwillig und konsensuell. Und das ist auch etwas, was ich da immer wieder in das Thema mit reinbringe. Bei den letzten Fragen werde ich ein wenig intimer. Es gibt ja auch mittlerweile ein Video, das im Internet herumgeistert, das sie gemeinsam mit einem Mann zeigt. Ist das ein Bekannter von Ihnen? Ist das praktisch nur jemand, für den man sich herangeholt hat, um dieses Video zu drehen? Ist das Ihr Lebenspartner? Ist das jemand, der dich auch unterstützt in deinem Aktionismus? Kannst du uns da vielleicht auch ein paar Auskünfte geben, weil das natürlich auch auf sehr viel mediales Interesse in den letzten zwei Wochen gestoßen ist? Also so viel kann ich sagen. Er ist auf jeden Fall Veganer, weil ich rufe für einen Boykott von Sex mit Nicht-Veganern auf. Okay. So wie es damals einen Boykott der Verheiratung von seinen Söhnen mit Frauen, die ihre Füße verbunden hatten, gab, möchte ich zu einem Boykott von Sex mit Tierquälern aufrufen. Und ja, den habe ich auch beim Aktivismus kennengelernt. Und hat sich gut ergeben. Hat sich gut ergeben. Das wird man den jungen Mann irgendwann mal auch in der Öffentlichkeit stehend an deiner Seite sehen können? Das weiß ich noch nicht. Das weiß man noch nicht. Okay. Onlyfans hat was mit Erotik zu tun. Das Video hat was mit Erotik zu tun. Hat was mit Sex zu tun. Wo ist deine persönliche Grenze? Wo würdest du derzeit sagen, da gehe ich nicht drüber hinweg, selbst wenn mir das jetzt viel Geld auch für die Geschichten bringen würde, die mir wichtig sind? Und wo sagst du, da ist derzeit noch eine Grenze gegeben? Ich sehe das ganz nüchtern. Ich glaube, alles im Leben hat seinen Preis. Und wenn einer sagt, hier 5 Millionen Euro dafür, dass du mir das und das schickst, dann weiß ich nicht. Ich glaube, die allermeisten Menschen würden was auch immer dann machen. Es gibt natürlich Sachen, die mir persönlich in meinem Sexualleben nicht gefallen oder die ich nicht machen würde. Aber das Ganze kann man dann eben pragmatisch, utilitaristisch getrennt sehen. Von Aktionen, wo man sich denkt, okay, das brauche ich jetzt 10 Minuten und ich kriege dafür 5 Millionen Euro. Was man dafür für die Tiere bewegen kann. Das ist noch immer diese Summe. So viel das für das Individuum klingt. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn ich mir vorstelle, ich möchte eine moralische Bewegung, Revolution auslösen. Wenn ich 100 Schulen in Deutschland mit einem veganen Programm gratis, weil der Staat wird das wahrscheinlich nicht fördern, aber vielleicht noch eher, wenn man es gratis anbietet, fördern. Da braucht man Leute, die sich ethisch auskennen. Das muss man zahlen. Vielleicht kann man die in Schlachthöfe bringen. Das kostet alles Geld. Also ich kann nur grob sagen, ich glaube, alles hat seinen Preis. Sehr pragmatische Antwort. Abschließend würde ich dich noch bitten, wir haben wirklich über sehr viele Themen heute gesprochen. Natürlich allem voran deinem Aktionismus, deinem veganen Aktionismus. Was ist, vielleicht kurz runtergebrochen, dein Appell an alle, die uns heute zusehen? Und vielleicht auch nicht ganz unwichtig für alle die, die du vielleicht jetzt im Zuge dieses Interviews überzeugen konntest oder die sich einfach noch mehr über dich und über dieses Thema informieren wollen. Wo können sie das tun? Also wir haben eine Seite erstellt, die wir beim Aktivismus immer teilen. Die heißt an3x.org. Auf dieser Seite sind unzensiert zwei Dokumentationen drauf. Die heißen Earthlings und Dominion. Die haben mein Leben und das Leben von vielen anderen jetzt aktivistischen Veganern verändert. Einfach ganz runterscrollen auf dieser Seite. Und vor allem, wer keine Zeit für eine lange Doku hat, bitte das oberste Video anschauen, warum vegan. Es dauert acht Minuten und darin erkläre ich die Gründe beziehungsweise die Gründe, weswegen Leute noch nicht vegan sind. Davon gibt es nur vier Gründe. Tradition, Geschmack, Gewohnheit und Bequemlichkeit. Keiner dieser vier Gründe kann rechtfertigen, dass wir an diesen Tieren einen Holocaust verüben, dass ihr sie versklavt. Das würdet ihr wahrscheinlich niemals Menschen antun. Das würdet ihr hoffentlich auch niemals Hunden antun. Warum dann den sogenannten Nutztieren? Wir alle bluten in derselben Farbe, gilt eben auch für die anderen Tiere. Und das verlangt nach einer veganen Lebensweise ab jetzt. Rafaela Raab, herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Ich hoffe, Sie hatten Spaß an dem Interview und haben auch etwas Lehrreiches daraus mitgenommen. Ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen und wir sehen das nächste Mal einander wieder.